hey freunde heute gibt es mal eine stream ankündigung und zwar werde ich am 15 november livestream auf twitch und zwar star wars jedi for an order und ich werde noch mal schauen wann ich halt online komme ich schätze mal so 15 uhr 15.30 spätestens 16 uhr ja ich werde vielleicht in einer party sein mit einem kumpel von mir der auch star wars jedi for an order zackt und wir reden irgendwie darüber und ja wenn nicht dann bin ich eben in einer party oder in keiner party ich würde mich mega freuen wenn ihr dabei seid lasst uns spaß haben in dem neuen star wars game und ich hoffe ihr seid dann dabei also bis dahin ciao du kannst sie nicht zu retten sie nicht von dem empire nicht von der dark side nicht von mir ja